Ja, öffentlich kämpft die neue DGB-Chefin Yasmin Fahimi dafür, dass Angestellte mehr Geld bekommen. Doch auch selbst kassiert Deutschlands oberste Gewerkschafterin gerne ab. Und zwar doppeltes Gehalt. Fahimi sitzt im Bundestag als SPD-Abgeordnete und wurde jetzt zur neuen DGB-Chefin gewählt. Beides geht nicht, das weiß natürlich auch Frau Fahimi und will daher zum 30. Juni ihr Bundestagsmandat niederlegen. Doch bis dahin bekommt sie doppeltes Gehalt, mehr als 20.000 Euro. Die Opposition ist empört. Nicht nur die, bei uns im Studio ist jetzt der Leiter der BILD-Parlamentsredaktion, Ralf Schuler. Und Ralf, man muss sagen, das ist ja gleich ein doppelter Aufreger. Doppeltes Gehalt und eigentlich kämpft man dafür, dass die Menschen mehr verdienen. Wie ist das überhaupt jetzt da selber? Ja gut, wenn man zynisch wäre, würde man sagen, sie kämpft dafür, dass die Menschen mehr verdienen und fängt schon mal bei sich an. Und sie auch. Aber so ist es ja nicht und man sollte auch nichts Böses unterstellen. Sie hat vor der Wahl zur DGB-Chefin angekündigt, dass sie ihr Bundestagsmandat niederlegen wird. Und deshalb haben wir nachgefragt, sie ist jetzt DGB-Chefin seit dem 9. Mai. Was ist jetzt mit dem Mandat? Und da kriegten wir zu Anfang, ja, sie habe am 1. Juni einen Termin bei der Bundestagspräsidentin und wollte dann zum 30. Juni das Mandat niederlegen. Das ist seltsam. So seltsam verdruckst und verzögert. Und natürlich gibt es weiter Geld. Und zwar auf beiden Seiten. Und das hat der DGB auch eingeräumt, dass beide Gehälter gezahlt werden. Und dann wird eben das DGB-Gehalt als Nebeneinkunft für das Bundestagsmandat öffentlich registriert. Mit anderen Worten, ja, sie nimmt es und sie will es bloß anzeigen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, nach den neuen, verschärften Transparenzregeln des Bundestages, die nach der Maskenaffäre eingeführt wurden, darf kein bezahlter Lobbyist im Bundestag sitzen und ein Mandat haben. Ein Gewerkschafter ist ein bezahlter Lobbyist. Das beißt sich irgendwie. Das heißt, noch mal einmal zusammenfassen, was hätte sie anders machen müssen? Man kann ein Mandat, wie sie es angekündigt hat, nicht ruhen lassen. Man kann aber ganz schnell und unproblematisch darauf verzichten. Eine einfache Erklärung an die Bundestagspräsidentin, hiermit lege ich mein Mandat nieder. Und am nächsten Tag wäre sie das Mandat los gewesen. Es hätte keine Konflikte gegeben mit Mandat und der bezahlten. Lobbytätigkeit. Die SPD ist es gewesen, die jahrelang immer auf einen Lobbyregister gedrungen hat, die immer gegen Lobbyisten im Bundestag gewettert hat. Aber es gibt keine guten und keine schlechten Lobbyisten. Ein Lobbyist für die Arbeitnehmerinteressen ist aller Ehren wert, aber nicht im Bundestag. Denn ein DGB-Chef muss auch im Bundestag und in der Bundesregierung ganz klar für seine Mandanten, für seine Mitglieder werben. Und das verträgt sich nicht mit der Volksvertretung für alle. Ganz einfache Regel. Also Gewalt zum DGB-Chefin, danach Niederlegung des Amtes. Das wäre die saubere Lösung gewesen. Gehst du davon aus, dass sie jetzt vielleicht diesen Schritt noch gehen wird, dass sie ihr Amt niederlegen wird, um diese Doppelbezahlung zu vermeiden? Oder ist das dann noch etwas, was man ganz gerne noch annimmt und sagt, zeig es dir an, es läuft. Die Tendenz geht in der Politik häufig dazu, Dinge einfach auszusitzen und zu warten. Das finde ich in diesem Falle schwierig. Denn sie hat auch gesagt, sie ließe ihr Amt ruhen. Sie bekommt aber im Monat 4.000 Euro steuerfreie Aufwandsentschädigung. Den Aufwand hat sie ja nicht bei einem ruhenden Amt. Also wenigstens das könnte sie spenden oder irgendwie anderweitig zurückzahlen. Das Problem ist, dass ein Mandat ein sehr hohes Rechtsgrut ist und man kann es nur niederlegen oder annehmen. Und die saubere Lösung wäre, es jetzt niederzulegen. Man kommt auch mit dem guten Gehalt eines DGB-Chefs prima über die Runden. Sollte man meinen. Absolut. Vielen Dank, Ralf Schuler, für die Einordnung hier.